Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht und zwar auf der ETZ bei der gewohnten Bucht, wo er immer unterwegs ist, wenn er auf der ETZ unterwegs ist. Ich düse mal hin, zeige was er dabei hat, gebe ein bisschen meine Expertise ab, wie jedes Wochenende, wenn er da ist und ich das Video dazu mache, gibt ja momentan nicht so viele Möglichkeiten Videos zu Destiny zu machen, beziehungsweise Guides sind da etwas schwieriger momentan, deswegen gibt es halt einfach viel Xur. Gut, ihr könnt hier durch die Höhle hoch und hier oben steht dann der Wert der Händler und dabei hat er folgende Sachen, wie immer natürlich ein exotisches Engram, das machen wir dann ganz am Ende auf, dann Zebrus plus 1, ist ein relativ interessantes Automatikgewehr, denn es sind 4 Läufer und wie hier unten auch beschrieben steht, aus allen 4 Läufen wird gefeuert gleichzeitig. Bedeutet also, ihr habt hier eine Waffe, die sich ein bisschen wie ein Automatikgewehr spielt, aber von der Distanz her eher Schrotflinte ist, sage ich mal. Sie macht schon ganz gut Schaden, wenn man nahe steht, es ist auf alle Fälle witzig zu spielen, es ist mal ein bisschen was anderes, es ist aber definitiv kein Must-Have. Ihr habt aber, ja ich sage es mal so, deutlich Abwechslung vom Spielstil her. Als nächstes haben wir die Graviton-Boost für die Jäger mit einem Gesamtwert von 63, ist okay, kann man damit arbeiten. Wir haben hier erhöht die dauerregeliche Unsichtbarkeinseffekte, dein Nahkampf und deine Waffen laden schneller auf und deine Erholung ist deutlich erhöht, während du unsichtbar bist. Kurzfassung, Unsichtbarkeit wird hier erheblich verstärkt. Da kann man ganz, ganz coole Kombinationen zusammenbasteln als Jäger mit der Unsichtbarkeit, indem man durch die Ausweichbewegung unsichtbar geht, durch die Smoke unsichtbar geht, also die Möglichkeiten, die man hat, die man hat, Entschuldigung, wenn man sagt, okay, ich spiele den auf unsichtbar und es ist halt alles viel schneller, auch von der Aufladung her ist viel, viel besser. Man kann das schön ausrichten und sehr, sehr viel unsichtbar unterwegs sein. Kann man den PvP nutzen, wird zwar nicht gerne gesehen, aber ist halt Teil vom Spiel, also man kann da ein schönes Bild bauen, wo man dann unsichtbar herumrennt oder für PvE ist es auch ganz cool, in der einen oder anderen Situation unsichtbar zu gehen, dann wird man nicht angegriffen, kann regenerieren und wieder zurück in den Kampf. Als nächstes haben wir die Synthoseps für die Titans mit einem 63er Wert, ist auch okay, kann man sich holen, gibt natürlich immer noch bessere. Wir haben hier ein bisschen auf Stärke, der Rest ist, ja, geht so, also mehr Stärke wäre besser, ich sage es mal so, denn hier wird der Nahkampf verstärkt. Und erhöht der Nahkampf Reichweite für größte Super und Nahkampf Schaden bei Umzingelung. Umzingelung ist, wenn mehrere Feinde um einen herumstehen, dass man dann einen Zingelungsbonus kriegt, das wäre eben hier Nahkampf oder auch Super, der mehr Schaden macht. Und die Nahkampf Reichweite ist erheblich erhöht. Also wenn man im PvP gerne in den Nahkampf geht, versucht die mal mitzunehmen, zieht sie mal an, probiert sie aus und wird feststellen, okay, die Reichweite ist doch wahnsinnig viel höher. Und man hat dadurch einen guten Vorteil, als erstes zuschlagen zu können und zwei Schläge reichen ja auch, um im PvP einen auszuschalten. Von daher sind die dafür recht gut geeignet, wenn man eh viel im Nahkampf ist. Probiert sie aus, ihr werdet positiv überrascht sein von der Distanz. Für PvE kann man coole Builds zusammenbauen, aber ich sehe sie fast nur im PvP, da bringen sie am meisten mal meinen. Dann switchen wir zu Nesarex Sünde mit einem 60er Wert, ist leider ein bisschen tiefer. Ja, Erholung, Disziplin sind hier aber ganz gut dabei. Man kann sie holen, mehr ist natürlich besser. Wenn man sie aber noch gar nicht hat, würde ich sie natürlich trotzdem holen. So, die Fähigkeit ist aber relativ cool, denn leere Schadenkills erhöhen die Nachladerate von Fähigkeitsenergie. Das heißt, leere Kills erhöhen dann auch leere Aufladungen. Ihr könnt also Granaten schneller aufladen, den Nahkampf, den man werfen kann, kann man schneller aufladen. Wenn man über leeres gilt, ihr habt Diszi Rift, das ihr schneller aufladen lassen könnt. Und ihr merkt auch schon, wo das hinführt. Ihr könnt da eine schöne Symbiose erschaffen, dass ihr mit Fähigkeiten Fähigkeiten aufladet und so die ganze Zeit das immer wieder schön füttert. Da gibt es ganz, ganz coole Kombinationen, die man bauen kann. Ganz, ganz coole Symbiosen, die man erschaffen kann, um die EXO mit der leere Fähigkeit da wirklich schön aufeinander abzustimmen. Lohnt sich für PvE, kann man auch im PvP brauchen, man muss einfach sicherstellen, dass man die Kills mit den Granaten macht. Für PvE aber ist es wirklich ein schönes Stückchen. Wenn man Langeweile hat, kann man da wirklich was wahnsinnig cooles zusammenbasteln. Gut, und bevor wir gleich zu den Waffen kommen, nochmal eine Werbeeinblendung. Ihr wisst, ich mache das immer bei EXO. Ich bin gepartnet mit Holy Energy. Die machen Energy Drinks in Pulverform, kann man also als Pulver bestellen, dann selber mixen. Ist sehr, sehr lecker. Also die Mixturen, die sie da haben, die sie anbieten, sind super. Seit dem letzten Montag ist auch ein neuer Geschmack rausgekommen. Und wenn ihr auf der Seite bestellt, habt ihr noch einen Rabattcode, den ihr nutzen könnt. Die sind ja hier eingeblendet. In der Beschreibung gibt es mehr Info. Möchte die Werbung hier möglichst kurz halten. Mir schmeckt es auf alle Fälle sehr gut. Als nächstes kommen wir zu den Waffen. Entschuldigung, da haben wir das, wie wir es immer machen. Das heißt, ich gehe über die Waffen drüber. Gebt euch gerne gegenseitig Tipps. Was ist gut? Wenn ich etwas sehe, wo ich sage, okay, das könnte was sein, werde ich es natürlich hier direkt sagen, damit ihr Bescheid wisst. Aber ansonsten unterstützt euch gegenseitig. Bei den Waffen, da gibt es so viele Änderungen. Da sind so viele Perks dabei. Da gibt es unterschiedliche Varianten, die man spielen kann. Da gibt es die Möglichkeit, dass es auf der Konsole gut ist oder auf dem PC gut ist. Auf der anderen dann aber eben nicht so wahnsinnig. Wegen Auto-Aim etc. Deswegen unterstützt euch da gegenseitig. Schreibt gerne dann in die Kommentare, hey, die Waffe ist gut auf der Konsole zum Beispiel. Wie wir das in der Vergangenheit, heute sind viele Versprecher drin, Mensch, in der Vergangenheit schon gemanagt haben. Und da auch ein riesen Dankeschön an alle, die immer wieder fleißig reinschreiben und sagen, hey, die ist cool, die ist super. Aber da unterstützt man sich gegenseitig wirklich sehr. Die hier zum Beispiel ist hier gar nicht mal so schlecht. Obwohl, um Zingling ist nicht so der Hit. Aber auf alles gefasst finde ich auf dem MG gar nicht mal so schlecht. Was haben wir zu guter Letzt noch? Fuchsbiss. Schade. Die gibt es teilweise als ganz, ganz coole Variante, wenn sie die richtigen Perks drauf hat. Aber ich habe jetzt hier nichts gesehen, was mich wahnsinnig interessieren würde. Unterstützt euch aber gegenseitig sehr gerne, indem ihr es in die Kommentare schreibt. So, die zwei Exos hier noch schnell, wie jedes Wochenende. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem lieben Xur. Machen wir noch das exotische Engram auf, gucken, was es schön ist, drin hat für mich. 63er Wert, man merkt hier schon, ich bin hier mit dem Helm eigentlich auch nicht schlecht bedient. Von daher passt das schon. Gut, also das war es auch schon vom lieben Xur. Lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, wisst ihr wie es funktioniert, um mich und das Video zu unterstützen für den Algorithmus. Denkt daran, wenn ihr gerne Energydrinks mal selber mixen wollt, das ausprobieren wollt. Es gibt auch ein tolles Ausprobierpack, wo ihr die Geschmäcker einfach mal für nicht so viel Geld testen könnt, um da mal zu schauen, ob es euch schmeckt. Das Ganze in der Beschreibung verlinkt. Gut, damit wären wir am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch Schönes geholt habt, etc., etc., wie es funktioniert. Und am Ende bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video auf YouTube oder im nächsten Stream auf Twitch. Bis dann. Ja. Vielen Dank.